herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem youtube kanal und ja heute haben wir wieder ein fieber video für euch am start dom hat sich mächtig ins zeug gelegt hat wie immer für euch alles rechtzeitig zusammengeschnitten und ja wenn es euch gefällt lasst ihr immer gerne leichter lassen aber auf dem kanal da aktiviert die glocke und ball was in die kommentare bis bescheid viel spaß mit dem video let's go hey leute herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal so my friends an der stelle würde ich sagen gehen wir in die wl rein ich habe mir jetzt auch noch mal ein bisschen frust von der seele gesprochen hoffe das passt jetzt alles so ich mag persönlich einfach auch nicht gut das ist natürlich dein eigenes ding henry aber du kannst ja nicht von dir auf alle schließen und schon gar nicht auf die mannschaften wenn man jemanden persönlich nicht mag das ist ja immer noch was anderes aber kann ich auch total verstehen weil jeder hat seinen fußballerischen geschmack so und wenn du sagst fußballerisch gefällt mir der und der einfach besser ich würde ihn da lieber sehen dann ist das so dann hast du deine meinung und ich kann dir sagen glas rosbach fußballerisch nicht der beste aber was er gut kann ist einfach im zweikampf direkt mann gegen mann verteidigen und er kann wirklich halt auch eine mannschaft führen durch seine art und weise und kann den laden hinten durch kommandos und so weiter zusammenhalten das kann er aber er kann es halt auch nicht alleine das müssen wir auch festhalten er seid auch kein er ist auf hilfe von anderen angewiesen die dann manchmal den ein oder anderen fehler den er macht aus bügeln aber dann juba auf dem flügel ist auch recht nice auf was spielt zum pc der konsole auf ps5 rene herzlich willkommen im chat grüß dich was geht ab als würdest du mich scammen wollen das mal wieder richtig abgehoben ich kriegt den tag nicht mehr die freunde schlaftabletten konferenz ist mir egal solange meine spieler punkte machen chat und der senior es ist auch interessant freunde das ist auch mal so bei den gegnern so der war in der wenn er jetzt rausgehen sollte ich weiß nicht ob jetzt raus geht oder ob er wechselt ja er geht jetzt raus also bei 30 nach 30 minuten geht er nicht raus aber bei 40 nach 55 schon muss es auch ein statement welchen ok 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 das wird verhüllt das wird verhüllt das wird sehr verhüllt holt die schilder aus geile fragen freunde kleine geile flanke von rodrigo kranker pass vom ballack krankes finish von rodrigo mit seiner first touch fähigkeit perfekt vorgelegter wahnsinn geworden die karte gg's bellingham mit abfang plus bellingham ist die beste zm karte jetzt wahrscheinlich das ist wahnsinn was sie damit gemacht haben mit z also der beste sechser wahrscheinlich erst so ein staubsauger jetzt geht ok freunde 70 läuft sehr gut bis jetzt läuft sehr 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 gut ihn gerochen da habe ich ihn der pass war so lecker freunde mit dem flick das jacht hier wehr freunde mosala tell kann man wieder machen wir ja ja mit der fauna se wo jetzt neu anfangen rick dann hat er gleich fünf sterne skills weil der kann ja lm rm mittelstürmer stürmer gg's chat 8 0 8 0 super wl start freunde super cleaner start team lässt sich bis jetzt richtig nice spielen muss ich sagen gg's 1 0 chat sehr wichtig ach gott ist das schlecht vom spiel ach gott ist das schlecht ey der rennt mit seiner dama nur ne und mein blog mein blog verteidigt sogar noch gut gegen den ne dann hat der sonnlack so ein guter freistoß wieder von rodrigo chat so ein guter freistoß ich liebe die freistöße mit rodrigo castor kann gut flanken und dann den wieder in die neue stecken bevor du die eine fertig hast das geht er will den aber auch gewinnen lassen ist das krass ist das krass ich kann das nicht mehr ich kann das nicht mehr ich kriege ihn nicht angewählt ich verliere das erste spiel und das ist so ein geistes krank gegen den schlechtesten spieler aller zeiten ich kann das nicht mehr ist das krass und dann ist wirklich auch der sache um den auf den grund zu gehen roter mbp ich würde mal fokus machen ja ja vor allen dingen hast du rm gesehen bei ihm ja ja klaus heißt also fünfer kette heißt also auch öler ja ja keine ahnung ich glaube dann 25 habe ich 1 0 gemacht ich glaube da was ich mache ich kann es zu ach gott ach gott ach gott ach gott ach gott dankeschön wir sind die anderen die ist super gespielt hat gut anruf online lorenz auf die idioten rente und er springt zur anderen seite obwohl ich move kuskorn schade ich glaube besseren haben wir den ich glaube da haben wir den mit besseren servern wunderschön schenkt die seite juma so gut dann 1 1 hatte sich dagegen aber verdient freunde der irgendein jetzt hier ich hatte jetzt schon so viele chancen ja endlich zwar überfällig auch das tor das ist immer so weißt du wenn du so das chance um chance um chance und irgendwann ist der eckball dann drin einfach so weißt du ich habe das gefühl dass das teo der ist immer so strong bei mir nach ecken mit richtig viele tore schon aus der blog jetzt ja ja macht das ist einmal rein den später gut den ball nein mein torwart hält lorenz auf ist das ärgerlich das war es leider ja ich also wir können mal gerne auf kurz war seine spielleistung gucken ich glaube die war nicht schlecht bei ne war dann mal ich glaube aus die sprediger das müssen wir euch die vierte liga sein kann und sein die fünfte wie er weißt du die fünfte liga bei euch heißt also drunter ist keine ahnung keine ahnung ich weiß nur dass unsere da immer gefragt haben und so doch alle neuen nur die neuen zugefügt wurden oder hat er dann ist ein base geistes kann gut immer noch das hat man eine frage die ernst gemeintes hau raus muss auch weg in meinen augen das wäre halt meine hoffnung wenn stuttgart heute gewinnt dass sie dann tuchel auswerfen das wäre geil chat wir gehen rein 14 siegel rewards ich gehe kurz vor dem drogen erster pick ist wieder sahne chat richtig sahne der erste pick wieder ja bronze muss ich mitnehmen muss ich mitnehmen weiß nicht wo ich die reihen pack gedacht gleich schauen wir gleich und pop nämlich auch mit schöne sache schöne sache chat grüß dich was geht ab was ist das für einer deutschland zeit wo ist der größe 89 ja den nämlich mit chat coole karte coole karte und super rating super rating den nehme ich mit 100k pack das geht wir öffnen rewards walkout ztm und trija doppel walkout nein aber nämlich wird 89 super chat 89 super wie wo sind die gerade müssten glaube ich irgendwas bei 38 kann oder so sein und ein tod bzw wenn das tod die durch ist und alle leute in den packs waren da habe ich mir ein geiles team bauen was haben wir so gesagt erstes chat und 85 plus mal drei letztes tag noch mal um hier irgendwie so ein bisschen lag noch einzubringen die ganze sache jetzt schon mal gut aber keine special cards ist eigentlich ich hoffe ich hoffe doppel ja aber vom rating her okay kann man sich nicht beschweren eigentlich vom rating er kann es sich nicht beschweren steht 88 also ich sage dir ehrlich aus der komme wenn der kommt als trainer dann steigen wir haben sage ich wenn der von regensburg kommt